Hallo HC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxos RC TV. Heute ein Hands-on RC am AMA Big Rock 6S. Wer vielleicht das letzte Video gesehen hat mit dem Big Rock, da waren wir draußen beim Fahren mit 3 Grad an einem wirklich tollen Spot und wir hatten dann einen nicht so glücklichen Moment, wo es mir meinen Diff-Out zerstört hat. Den gilt es heute zu reparieren, das heißt wir müssen das Differenzial ausbauen, werden da mal reinschauen, ob das auch mit den Flüssigkeiten da drin passt. Gegebenenfalls hauen wir noch mal was hinterher und dann wird man doch vielleicht einfach noch mal so ein paar Schrauben nachziehen, in die Dämpfer reinschauen. Wir machen einfach mal so einen kleinen Check an dem Big Rock, damit er wieder bereit ist, wenn man wieder raus zum Fahren gehen wollen, bei vielleicht ein paar besseren Temperaturen. Momentan nicht ganz so viel möglich, weil so zwischen minus 5 und 7 Grad, da macht das Fahren draußen wirklich keinen Spaß. Deswegen nutzen wir die Zeit, reparieren, warten und pimpen unsere Fahrzeuge. Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, viel Spaß beim Video. So Freunde, und wir brauchen dann für das Video heute erstmal einen vernünftigen Car Stand. Und da habe ich einen von Revolver AC, die Frage würde mir schon mal gestellt, den finde ich richtig praktisch. Ich glaube, den gibt es aber so nicht mehr zu kaufen. Also Revolver AC war der Hersteller, das ist die sogenannte Workstation, die hat dann hier unten auch so im Prinzip eine Arretierung, sodass ich hier oben die Platte auch bewegen kann, wie ich sie einfach gerade brauche, sogar wenn ich sie mal absenken müsste als Schutzschild. Ja, man kann das Ganze drehen. Auch dazu muss ich hier nochmal die Schraube lockern, dann kann ich das wirklich rumdrehen und voll bewegen. Und sowas finde ich beim 1,8er Schrauben schon immens praktisch. Also ich weiß nicht, ob es die Dinger noch gibt. Ich habe zuletzt noch einen gesehen bei Ebay, beispielsweise gebrauchter Zustand. Ja, da gab es den noch. Ansonsten, ich habe meinen damals aus einem RC-Convolut bei Ebay-Kleinanzeigen erstanden. Deswegen bin ich noch in den Genuss gekommen, so einen Car Stand zu haben. So, und genug von dem. Jetzt holen wir mal den Big Rock dazu. Und der ist nämlich groß, der braucht Platz. Gucken wir mal die Karo mal runter. Also die Karo nach wie vor, die hat nicht so viel von dem letzten Ausflug. Man weiß es immer nie so genau. Ich habe da tatsächlich noch nicht im Detail reingeguckt, aber es ist alles noch tippitoppi. Wir waren ja wie gesagt nur ein Akku unterwegs. Und was mir da passiert war, wer das Video jetzt nicht gesehen hat und jetzt in der Zwischenzeit nicht gewechselt hat. Ich bin dann von so einem Berg runter gestürzt. Und dann hat es mir beim Einschlag, wahrscheinlich auf den hinteren rechten Achsschenkel, hat es mir einmal die Schraube vom Dämpfer abgerissen. Dadurch ist dann auch der Dogbone raus, aber der Dogbone ist gerade, da ist alles gut, da brauche ich keinen neuen. Und mir hat es dann im Prinzip hinten am Diff Cup, ich kann es euch mal so versuchen zu zeigen. Das ist halt jetzt die Sache mit so einem Riesending. So, hier hinten am Diff Cup, ich drehe ihn mal ein. Ja, ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe. Hinten am Diff Cup auf jeden Fall ist mir der halbe Cup geplatzt. Und ja, das hat auch noch dazu geführt, dass das Rodend, bzw. der Stabi aus diesem Rodend rausgerutscht ist. Das denke ich aber, lässt sich dort regulär und normal reparieren. Das heißt, wir müssen tatsächlich heute jetzt erstmal die Hinterachse öffnen und das Differenzial rausholen. Dann habe ich bestellt von Arma das Ersatzteil mit der Nummer ARA 310981. Das ist aus der EXB-Reihe. Das sind die Diff-Outs. So, die werden wir da reinmachen auf das hintere Differenzial, natürlich dann auf beide Seiten. Und ansonsten checkt man natürlich, wenn der Dämpfer schon abgeschraubt ist, schauen wir mal in den Dämpfer rein, ob genug Flüssigkeit drin ist. Genauso, wenn ich ja das Diff hinten schon draußen habe, dann kann ich dort prüfen, ob auch dort genug Differenzialöl vorhanden ist. So, ich würde sagen, wir legen los. Als erstes kommen mal die Reifen runter und jetzt nochmal für euch der ganze Schaden aus der Nähe betrachtet. Also hier, Schraube, wie gesagt, ist nur abgebrochen. Das ist an der Stelle kein großes Problem. Da muss eine neue Schraube rein, dann schraubt man die wieder mit einer Kontomutter hier in die Dämpferbrücke. Ich habe aber da auch schon überlegt, da wäre es mit Sicherheit, wenn es beim nächsten Mal nochmal passiert, eventuell eine Option, das vielleicht auf M3 zu vergrößern. Oder M4, Entschuldigung. Es wird eine M3er-Schraube sein. Es ist eine M3er-Schraube. Das vielleicht auf M4 zum vergrößern. Das wäre vielleicht so ein Ansatz, weil ich denke, das Gewicht vom Fahrzeug, diese kleine Schraube, die ist da natürlich nicht super stabil, um das alles dann auszuhalten. So, hier hinten ist mir, wie gesagt, der Stabi rausgepoppt. Allerdings ist das im Prinzip hier so diese Pivot-Ball-Spitze. Wenn ihr das mal anguckt, das ist dieser runde Pupsi hier. Den müssen wir da eigentlich nur wieder oben reinpömpeln und dann passt das. Das heißt, das machen wir dann ganz zum Schluss. Ein bisschen rost schon an den Schrauben dran. So, hier unterm Stabi könnt ihr es dann sehen. Da haben wir den halb gebrochenen Diff-Cup. Ich könnte den jetzt mal nochmal drehen. Den hat es da richtig schön in der Mitte auseinandergespalten. Ja, das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall die Dämpfer raus, weil da will ich ja eh mal einen Blick reinwerfen. Und da wollte ich euch kurz was zeigen. Da hat es jetzt am Fahrzeug hier am Big Rock quasi wie so eine Schraube ohne Gewinde. Also da ist kein Imbus-Gewinde oder sowas drin, sondern die muss ich jetzt hier oben lösen an der Schraube, die nach oben schrauben und dann kann ich hier den Stift rausziehen. Das ist also wie so ein Stift. Normalerweise können da ja Schrauben rein mit Imbus. Aber ich habe das schon bei anderen Fahrzeugen gehabt, wenn man dann natürlich raus zum Bashen geht, vielleicht weniger auf der Hinterachse, aber dann auch mehr auf der Vorderachse, dass es dann einem immer die Schraubenköpfe abschleift, weil man dann irgendwie gegen Steine fährt. Und das finde ich da ziemlich cool gemacht, dass da Arma jetzt was verändert hat. Zumindest mal, Freunde, mir geht es so. Ja, ist ja jetzt im Prinzip mein erster Arma seit langem, beziehungsweise mein erster Arma größer 1.10. Und ja, aus der Vergangenheit kenne ich das eben nur mit Innensechskant-Schrauben, beziehungsweise bei den Wettbewerbsfahrzeugen, die ich ja hier noch habe, dort ist das auch nochmal so gelöst. Also hier nochmal nachträgliche Erkenntnis, die Befestigung der Dämpfer unten, die ist ja neu. So, legt mal los. Das heißt, die Schraube raus. Und dann ziehen wir hier einfach bloß den Stift raus. Und der Dämpfer fällt schon von allein ab, weil oben fehlt es ja schon. Also da könnt ihr euch das mal angucken. So sieht der Stift aus. Hat hier vorne eine Einkerbung quasi für die Schraube. Und den brauchen wir dann zur Arretierung von dem Dämpfer unten. Ja, das ging super schnell. So, machen wir mal das nächste Mal den Lenkarm ab. So, jetzt hat man das Ganze mal ein bisschen absetzen müssen. Ist jetzt vom Arbeiten wieder ein bisschen leichter, wenn die Reifen weg sind. Also da, wie gesagt, müssen wir den Kopf nachher noch reparieren. Das zeige ich euch dann noch. Das war jetzt hier die Kontermutter. Die legen wir mal hier hin mit der Schraube. Ja, also für mich tatsächlich eine neue Reise. Wirklich, ich habe einmal 1 zu 8 so gut wie noch keine Schraubefahrung. Aber das wollen wir alles nach. So, Werkzeug ist da. Brauchen wir halt vielleicht auch noch das Richtige. Doch, richtig gehabt. Wenn ihr die Schrauben, die ihr rausdreht, auch wieder so anpositioniert, wie sie dann auch nachher reingehören. Das war für mich am Anfang meiner Zeit mit den 1,8ern auf jeden Fall eine wichtige Lektion. Weil ihr habt nicht immer die gleiche Schraubenlänge. Und ja, blöd, wenn man dann feststellt, dass die Schraube nicht passt. Wenn die Schraube nachher zu kurz gebildet ist, kein Problem. Bloß, wenn ich eine zu lange Schraube habe und das frisst es mir dann ins Plastik rein, das ist doof. So, Skidplate haben wir dann mal soweit abmontiert. Das ist die Frage, müssen wir den Bumper dazu abschrauben? Skid. Ja, da sind nochmal zwei Schrauben. Also die Skid muss runter. Könnt ihr mir denken, dass es auch anders geht? Aber ich habe euch ja gerade erklärt, ich weiß es nicht. So, wir machen die hinten die Schrauben mal raus, die die Stoßstange an die Skidplate-Verlängerung hält. Könnt ihr mir vorstellen, so wie jetzt, ich habe nur die Stoßstange gelöst, dass ich da noch ein, zwei Lektionen lernen werde. So, was mit Sicherheit auch hilfreich sein wird, ist, wenn ihr die Center Brace ein bisschen wegdrehen könnt, beziehungsweise wegmachen könnt. Ist in der Mitte hier so ein Body Clip. Dann kann ich dort auch die Führungsstange von dieser Tower-Abstützung hochklappen. Das reicht, ihr müsst die nicht mal komplett runter machen. Und dann hinten die Verschraubung der Tower-Brace. Und dann können wir die komplett nach oben klappen. So, jetzt bin ich aber überfragt, mache ich dann die Brace, die nach unten läuft, auch weg. Also, da hinten haben wir die Mutter. So, jetzt können wir das DIV wahrscheinlich dann bald runternehmen. Ja, okay. Das hätten wir schon mal. Ich habe den Stabi jetzt mal raus gemacht. Zum Beispiel, was mir beim Stabi aufgefallen ist, einstellen könnt ihr den. Und zwar braucht ihr da dann den 1,5er Imbus. Und da ist auf einer Seite von dieser T-Kreuzung, da ist eine Madenschraube drin. Und wenn ihr die etwas zurückdreht, dann lässt sich eben dieses Teil ziemlich locker-flockig bewegen. Und wenn ihr dann dort auf Position seid, wo ihr seid, schraubt ihr das eben wieder fest. Und mir ist das jetzt ziemlich aufgefallen, weil dieser rausgepoppte Pömpel, der will ja wieder rein. Und das ist tatsächlich auch so gedacht von ABBA, dass man das dort einfach nur rein- und rauspömpelt. Das heißt, wenn euch das mal beim Bashen auch passieren sollte, keine große Tragik. Ihr müsst einfach nur den wieder nachstellen und dann reinstöpseln und dann ist das Thema erledigt. So, was ich gesehen habe, und ich habe euch ja Gott sei Dank vor nicht mal drei Minuten schon aufgesprochen, dass ich bei dem Modell gleich mal ganz viel Leergeld bezahle. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich hätte jetzt die Achse erstmal nicht ausbauen müssen, um das Differenzial rauszukriegen. Bis zur Skidplate lag ich richtig. Den Bumper hätte ich mir sparen können, die fünf Schrauben. Ich hätte dann lieber auf der Tower-Seite. Und das war jetzt für mich aber tatsächlich Thema, weil selbst mit dem Inbusschlüssel an die Tower-Seite so reinzukommen, dass man dann noch irgendwie gut schrauben kann. Das war jetzt irgendwie, mag ich nicht so. Nicht, dass es nicht geht, aber nicht so meins. So, jetzt mache ich hier die Schrauben raus, weil die sollte man raus machen, damit dann im Prinzip hinten die Bumperabstützung dann rauskommt. Da wäre jetzt auch im Prinzip die Skid komplett dran, wenn ich die jetzt nicht auseinandergeschraubt hätte, in meiner weißen Voraussicht. Das heißt, wir könnten dort hergehen und die zum Beispiel dann einfach auch schon wieder hinschrauben. Im Prinzip, das hätte man so lassen können. Ja, Stoßstange und das mit dran. Vorne zwei Schrauben, unten die fünf. Und dann wäre das weg, weil ihr müsst definitiv das Teil wegmachen. So, und wenn ihr dann hinten jetzt nicht die Achse ausgebaut habt, das heißt, das sind die zwei Schrauben, die wir uns da jetzt sparen könnten oder hätten sparen können. So, dann kommen wir aber auch an alle Schrauben hin, die wir brauchen, um dann das Diff zu öffnen. Und das sind dann im Prinzip eine hier, eine dort, eine dort, eine dort. Vier Stück an der Zahl. Da dürfte er auch mit einem großen 2,5er Inbus arbeiten. Die vier Schrauben nimmt er raus. So, und wenn ihr die draußen habt, dann kommt das jetzt für mich Coole, so ziemlich das erste Mal, dann kommt hoffentlich die Kappe jetzt runter. Tada! Und wir können gleich das Diff rausnehmen. Das ist doch mal cool, oder? Wie gesagt, für mich Premiere, Premiere, Premiere. Ich freue mich. So, also Diff an der Stelle dreht sich gut. Fett ist auch außen dran. Wir haben eine Markierung auf dem Diff. 43 zu 10. Was auch immer uns das wieder konkret bedeutet. Aber es wird wahrscheinlich die Anzahl Zähne auf dem Tellerrad sein, kontra den Zähnen dann auf dem Kegelrad, das sich hier antreibt. Vermute ich jetzt mal. So, den gilt es zu wechseln. Dafür müssen wir das Diff aufmachen. Okay, haben wir verstanden. Dann würde ich sagen, Zähne war her, Handschuhe an und Kamera in eine nähere Position. Wir haben hier auf der Tellerradseite schon mal zwei Chimps. Das halten wir fest. So, machen wir mal auf. Machen wir mal kurz. Äußerlich sauber. So, Schrauben sind raus. So, dann können wir das Diff öffnen. So, jetzt schaut es mal her. Diff Flüssigkeit. Ja, ist schon was drin. Aber, meiner Meinung nach, könnt ihr noch ein Schlückchen rein. Das machen wir auch. Und bevor wir das tun, werden wir jetzt aber tatsächlich erst mal die Innereien rausholen. und die versuche ich jetzt einfach an einem Stück so abzulegen, dass ich sie nachher auch wieder reinbauen kann. Das ist super interessant. Ich kenne das ja schon von Mitbewerberfahrzeugen. Da habe ich dann Schimpscheiben hinter diesen Kegelrädern, die im Diff drin sitzen. Hier bei Arma, da habt ihr diese Plättchen hinten mit dran. Also, wie gesagt, jeder, der schon Arma besitzt, der kennt das. Für mich ist das gerade wie der erste Schritt auf den Mond. Was übrigens für mich auch ein neues Unterfangen war. Auf dem Mond war ich noch nicht. Wäre auch mal cool. So, dann gehe ich aber stark davon aus, es wird sein, es wird so sein, dass wir das dann, das Kegelrad hier wieder raushebeln müssen. Ich hoffe, das kriege ich jetzt so hin. Und das ist tatsächlich einfach. Aber auch, ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich nicht immer so einfach, weil das Silikonöl, das verhindert dann natürlich die Leichtgängigkeit der Teile. So, und jetzt müssen wir den Pin rausholen und da wird es jetzt interessant. Da ist nämlich noch ein Metallring drin und ich habe so das Gefühl, ich muss den Metallring vorher irgendwie rausholen. Und dafür brauche ich aber... So. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Jetzt können wir den Pin rausholen. Freunde, jetzt kommt was richtig Witziges. Hab mal wieder gelernt. So, ich habe mir das ja jetzt nicht im Vorfeld angeschaut, wie man ein Arma-Diff gründlich auseinander nimmt. Und so, wenn ihr jetzt reinschaut, ihr habt ja da den Pin, den seht ihr ja hier drin, der steht. Und den kriegt ihr so gar nicht raus. Also normal bei anderen, ja, da gehe ich jetzt hier auf die Kerbenposition und dann ziehe ich den Pin raus. Das geht aber bei Arma so gar nicht. Also zumindest mal jetzt hier beim Big Rock. Sondern ihr seht hier an der Seite vom Diff eine Madenschraube. Da geht er mit einem 2.0er Imbus rein. Die dreht ihr raus. Und jetzt kommt der Hammer. Bringen wir nochmal den Pin auf Position, damit es auch funktioniert. Jetzt drehen wir einfach den Pin auf Position mit der Madenschraube. Und dann können wir jetzt den Pin durch dieses Loch ausführen. Crazy, oder? Das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Und jetzt kann ich meinen kaputten Mitnehmer rausziehen. Dann brauchen wir an der Stelle den neuen. So. Der kommt rein. Jetzt müssen wir das Ganze wieder auf Position bringen. Pin rein. Wichtig, den Metallring zuerst. Der dann wieder unseren Pin dort hält, wo er halten soll. Mitnehmer sitzt schon fest drin. Super. So, jetzt machen wir da aber gleich mal das Kegelrad wie der Truppe besitzt. Und dann auch gleich wieder die Innereien rein. So, dann können wir nämlich da schon das Diff Liquid einfüllen, bevor wir dann das Kopfrad reparieren. So, der Gummipömpel, den passen wir nachher da noch rein. Da war so ein Gummiteil in dem alten Mitnehmer. Der Gegenspieler quasi, der hier gegen gegen die Antriebswelle spielt, dass es nicht Metall auf Metall schlägelt, den gucken wir, dass wir auch wieder rein kriegen. Aber das sollte ja Plug and Play funktionieren. So, Freunde. Und jetzt, wenn wir hergehen und in der Anleitung von AMA nachlesen vom Big Rock, da könnt ihr dann mal geschmeidig bis Seite 18 gehen. Und die ganzen Bauschritte, die ich jetzt gerade im Prinzip gemacht habe, wären ja auch hier drin gestanden. Das heißt, auch da wieder zweimal an meinen Hirn geschlagen, dass ich da jetzt nicht einfach vorher als erstes gelesen habe. Und der AMA Support empfiehlt, dass man eben das hintere sowie das vordere Diff nach entweder zweieinhalb Stunden Fahrzeit oder circa 10 Akkus einfach mal warten soll. Dann werden euch die Schritte gezeigt. AMA macht es in dem Moment ja nicht anders. Und zwar genau das, was ich euch sagte. Sie nehmen unten die fünf Schrauben aus der Skit. Dann die zwei aus dem Dämpfer, damit ihr die Skit inklusive dem Rammer hinten abnehmen könnt. Dann machen sie die Dämpfer noch weg von der Brücke auf die Seite. Dann im Prinzip lassen sie die Stabis drin, nehmen aber nur die vier Schrauben raus beziehungsweise ein Stabi wird gelöst. Dann die vier Schrauben raus, dann wird das Diff gemacht. Und AMA gibt an, 80.000er Liquid in vorderen und hinten in dem Differenzial drin zu haben. Wenn wir natürlich da schon mal gleich dabei sind, können wir zum Sensitive reinschauen. Im Sensitive ist ein 100.000er Liquid drin. So, bedeutet, ich habe jetzt nämlich in meinem Lager nachgeschaut. Ich habe aktuell jetzt noch ein 100.000er Liquid da. Wir hätten ja jetzt im Setup Werkseiz 80, 180 und in dem Moment, ich kann jetzt gerade keine 80 einfüllen, weil ich eben nur das besagte 100.000er da habe. Bedeutet, ich mache jetzt hinten das 100.000er auch rein. Da habe ich dann ein bisschen mehr Sperrwirkung auf der Hinterachse, was vielleicht gar nicht so schlecht kommt beim Big Rock, das wird man sehen. Ich mache dann vorne beziehungsweise in die Mitte noch einen zusätzlichen Schluck rein. Sollte dort ein Schluck fehlen, weil das könnte ich mir da schon auch vorstellen. Ich würde gerne einen Blick reinwerfen, wenn ich das Auto schon mal auf dem Tisch habe. Und ansonsten für vorne könnte man das heute im Video tatsächlich lassen. Da werde ich dann einfach beim Boris, wenn ich dann wieder draußen bin, nochmal ein paar Öle nachkaufen müssen. Ja, weil ich habe jetzt im Prinzip einen 50.000er hätte ich zur Verfügung, einen 100.000er habe ich zur Verfügung und der nächste Schritt sind 250.000. So, 100.000er ist drin. Jetzt lassen wir das Ganze sich mal absetzen. Das braucht seine Zeit. Da machen wir auch wieder die Madenschraube rein, weil sonst läuft uns nämlich gleich das Öl hier zur Seite raus. Ganz wichtig. Und auch wirklich schauen, dass ihr die da plan reinschraubt. Nicht, dass das dann nachher im Diff wieder zu Problemen führt. Das wollen wir nicht. Kegelrad. Dann haben wir wieder den Metallring. Dann können wir hier den Pin so rausziehen. Schieben wir den Mitnehmer raus. Das sind die zwei alten. Wichtig, da dann auch nochmal diesen Gummi-Pömpel rausziehen. Ex-B-Diff-Out rein. Der ist drin. Das heißt hier jetzt auch wieder Pin rein. Schauen, dass die Dichtungen alle drin sitzen. Also das habe ich jetzt schon gesehen, auch im Plan. Das sind die Arma-Diffs im Vergleich zu dem, was ich jetzt so gewohnt bin von Coralie. Eine andere Hausnummer. Ich kann jetzt noch nicht bewerten, ob sie deswegen besser, stabiler sind. Aber sie haben auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Bauteile und ein bisschen andere Bauteile drin. So, das ist noch nicht ganz abgesessen. Es ist etwas abgesessen, aber ich habe, ich glaube, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel drin. Das heißt, ich nehme jetzt die Rückseite meiner Pinzette. Die hat ja wie so eine Schaufelfunktion. Also das obere Stück von den Zahnrädern schaut zwar schon noch raus, aber es könnte auch ein bisschen weniger sein. Das heißt, ich nehme jetzt da einfach auf jeden Fall ein bisschen Öl wieder raus. Das hat es aber nochmal zur Folge, dass ich es nochmal absetzen lassen muss. Das muss ich jetzt nochmal selbst nivellieren. Flur hat sich abgesetzt. Das heißt, wir können jetzt hergehen und das Ganze wieder zusammenbauen. So, sparen wir uns nämlich viele Handumdrehungen. Und dann, wie immer, erst mal leicht verschrauben. Kurze Kontrolle. Gut. Sitzt alles fest. So, die zwei Schimmscheiben auf die Tellerradseite. Haben wir gelernt. Und dann auch wieder den Gummi rein. So, Antriebsknochen kommt wieder rein. Diff kommt wieder rein. Schauen, dass die Schimmis sitzen. Wir haben die Mitte unten. Also es geht wirklich so fix, wie ich es euch gesagt habe. Vorher vier Schrauben wegmachen. Ich habe jetzt auch die Hinterachse ja schon wieder komplett eingebaut. Und für euch so ein bisschen für ein zeitliches Gefühl. Ich bin jetzt circa eineinhalb Stunden am Arbeiten. Habe Hinterachse ein- so wie ausgebaut das Diff repariert. Das ist glaube ich eine ganz gute Zeit. Und ja, lässt sich gut dran arbeiten. Was mir jetzt auch noch nachträglich so ein bisschen aufgefallen ist in der Erkenntnis mit dem Big Rock. Und zwar gibt es hinten bei den Antriebsknochen zweierlei Seiten. Da müsst ihr drauf achten. und zwar die Köpfe wo habe ich jetzt den Antriebsknochen? Ach, der steckt schon drin. Ja, die Köpfe von den Antriebsknochen hinten in den Schenkelseiten. Die sind dicker wie die zu den Differentialseiten. Finde ich cool. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass sie gleich dick sind. So, dann haben wir die Center Brace wieder drin. Die von unten nach hinten oben läuft. So, und da würde ich jetzt tatsächlich nur einen kontrollierenden Blick reinwerfen. Weil wie gesagt Hunderttausender Öl habe ich da. Das machen wir kurz auf. So, da sieht es tatsächlich auch nicht ganz so voll aus. Also, da kann auf jeden Fall auch noch mal einen Schluck Hunderttausender rein. Während sich das Fläschchen da mal so gerade ein bisschen absetzt wieder. Da könnt ihr mal sehen. Also, hier auf jeden Fall die Center Motor Mount ist komplett schön aus Aluminium gefräst. Wohingegen ich glaube, das hier vorne ein Plastikteil ist. Also, das hintere Teil, da wo auch der Motor drauf hängt, da haben wir schönes Alu. Ich habe mal schöne Fräskante mit drin. Genauso wie hier vorne, wie wir beim Unboxing schon festgestellt haben, Exb sogenannte Lenkplatte. Da sitzt die Lenkung drunter. Einfach da noch mal ein kurzer Blick nach hinten. Beziehungsweise nach innen. Zack. So. Zwei Tropfen. festziehen. So. Fertig ist das Center Diff. Bauen wir wieder ein. So. Und das Diff ist drin. Tower ist drauf. Wir machen jetzt noch die Schrauben rein. Und wo wir ja gerade hinten gesehen haben, dass wir ein bisschen Metall haben oder Aluminium. Da machen wir jetzt auch ein bisschen Loctite auf die Schrauben drauf. Dass das da gut hält. Das müssen wir bei Kunststoff nicht machen. Empfiehlt sich auch nicht Loctite bei Kunststoff. Aber dort wo wir jetzt den Alugegenspieler haben. So. Machen wir mal zu hier. So. Zwei Freunde. Wir sind jetzt auch schon so gut wie fertig für heute. Weil es geht jetzt schon an die Reparatur vom Dämpfer. So. Da haben wir im Prinzip so ein Gewinde. Ich hoffe ich kriege das jetzt noch da raus. Oder ist das miteinander verbunden? Das ist jetzt nämlich die große Quizfrage. So geht es jetzt ein bisschen. Wir haben da echt so ein Innengewinde. Total nervig. So. Damit können wir aber tatsächlich das Teil reparieren. Insofern mir jetzt nicht hinten mein Griff abkracht. Kann ich jetzt nämlich die Schraube gleich rausdrehen. Und dann brauche ich nur eine dementsprechend lange Schraube. Um die zu ersetzen. Freunde. Das war jetzt eine kleine Geburt. Echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So. Jetzt müssen wir mal schauen was wir brauchen. Also ich habe da jetzt auch tatsächlich meinen Spannstock benötigt um einfach den Kopf einzuspannen. Und dann konnte ich jetzt mit einer Krippzange wirklich das Gewinde rausdrehen. Und das Fiese ist dass diese Schraube in der Führung noch zusätzlich mit Lockteil versichert ist. Das ist ja super für die Haltbarkeit aber wenn ihr das dann nachher reparieren wollt sieht das so aus. Hoi. So. Da haben wir den Übeltäter. Da seht ihr schon das hingebickte Locktite. Das war da schon ordentlich drauf. Und das Ganze jetzt händisch rauszuziehen hat jetzt ein bisschen Gewinde gekostet. So. Und da bin ich doch direkt mal fündig geworden in meiner Schraubenkiste die ich vom Boris habe von der RC-Kiste. So. Da haben wir eine schwarze gefunden. Die muss jetzt wieder da rein in das Gewinde. So. Und jetzt müssen wir aber tatsächlich checken dass wir den Dämpfer auch wieder richtig zusammenbauen. Hier haben wir die passenden Schrauben Schraube gefunden aus der Schraubenkiste vom Boris RC-Kiste. Da immer wieder gut einfach Schrauben auf Ersatz zu haben. So. Das heißt wir können jetzt dort auch nochmal einen Tropfen Locktite drauf machen. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Sonst müssen wir wieder ewig schrauben. Ich habe dann vorher im Zeitraffer auch kurz laufen lassen. Ich habe da jetzt nochmal die Schrauben die oberflächlich einfach zu sehen sind. Die habe ich da auch jetzt alle nochmal nachgezogen. Die ein oder andere Mutter und Schraube will das auch noch haben. Deswegen da wirklich das kann man tatsächlich auch schon vor der ersten Ausfahrt machen. Das macht Sinn. Weil dann sei dahingehend vielleicht schon mal vorgebeugt dass ihr ein Teil verliert. Genau. Hätte jetzt aber in meinem Fall tatsächlich nichts gebracht weil ich ja meinen Schaden durch einen Crash hatte. Und dieser Crash hatte in dem Fall auch nichts mit einer losen Schraube zu tun sondern der Crash hatte zu tun mit dumm gelaufen und Schnee. Und Schnee. dem empfehle ich dem empfehle ich gleich das Handbuch zu lesen. Das sollte man ja eh immer tun wenn man sich ein komplett neues Fahrzeug zulegt. Da habe ich jetzt auch mal wieder meinen eigenen Ratschlag nicht gleich beherzigt sondern bin natürlich in meiner erkunderischen Art wie ich so bin losgeprescht und wollte natürlich jetzt herausfinden wie das geht. Ich bin ja grundsätzlich bewandert im Schrauben von 1 zu 8 Modellen deswegen war das jetzt für mich einfach cool mal zu sehen wo dann auch der Unterschied liegt wenn man jetzt auch mal ein Arma auf dem Tisch hat. Ich meine ich kenne es bei Traxxas über den Sledge ich kenne es bei Corali über etliche Fahrzeuge aber auch jetzt mal cool zu sehen wie Arma da arbeitet und ja jetzt freue ich mich auch schon wieder damit raus fahren gehen zu können weil wie gesagt das Wetter spielt gerade einfach null mit das kann ich euch gleich prophezeien wenn wir da zum fahren gehen geht wahrscheinlich schon was kaputt bevor ich überhaupt losgefahren bin weil es hat halt einfach diese Minus gerade und das tut keinem Plastik der Welt gut also da bitte ich um ein bisschen Nachsicht weil ich möchte das Auto tatsächlich jetzt nicht gleich nochmal wieder schrotten wir müssen es ja nicht reparieren um es dann gleich wieder zu schrotten wir können ja vielleicht nochmal zwei Akkus durchs Land ziehen lassen bevor er dann wieder kaputt geht so was wir jetzt noch tun können schauen wir mal was haben wir noch was haben wir noch was wollen wir noch vielleicht können wir noch ein bisschen was drauf stickern damit das ganze gut aussieht aber ich würde sagen das mache ich tatsächlich in Ruhe wie gesagt schrauberseits habe ich überhaupt nichts zu meckern es ist wirklich cool an den Big Rock zu schrauben das sind jetzt mal kurz zwei Stunden ins Land gezogen aber da war ja auch wirklich noch ein bisschen Selbsterkundung mit dabei ach ja komm einen Sticker machen wir noch drauf oder da machen wir jetzt einen Sticker mal drauf es kann ja nicht sein dass ich hier ewig durch die Gegend fahre und man weiß nicht wo ich herkomme so jetzt machen wir Haube oder ja komm machen wir einen Haubensticker wenn wir schon mal einen haben Vielen Dank. So, dann wissen wir auch gleich, wo der herkommt. Vielleicht mal einen Kratzer reingemacht. Dann machen wir einen Sticker drüber. So, Waxer-ACTV-Aufkleber ist drauf. Das heißt, die nächste Ausfahrt kann kommen. Und Freunde, für heute haben wir es dann auch tatsächlich geschafft. Und bevor ich jetzt noch mich weiterhin in sinnlosen Blabla verliere, würde ich mich einfach mal an der Stelle fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe auch, das war für den ein oder anderen Big Rock Besitzer, der jetzt noch nicht so weit war, an dem Auto schrauben zu müssen, dann etwas hilfreich und informativ zu sehen, wie man am Fahrzeug vorangehen kann. Wie gesagt, nehmt euch die Anleitung dazu zur Hand. Die ist da wirklich sehr großzügig, sehr hilfreich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich kann die Arbeitshandschuhe jetzt ausziehen. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Waxers Aussi TV. Bleibt gesund und habt Spaß mit euren AC-Wäschern.